Das ist ein Teil von Tims Büro. Und was fehlt hier? Richtig, ein passender Fitnessstuhl. Beim FlexiSpot V6 handelt es sich um einen Fahrradstuhl für unter den Schreibtisch. Die Kombination aus Heimtrainer und Schreibtischstuhl haben sich bereits verschiedene Hersteller angetan. FlexiSpot gelingt mit dem V6 eine sehr ausgereifte Variante, die durchaus das Potenzial bietet, auch skeptische Sportmuffel zu überzeugen. In achteinhalb Stufen lässt sich der Widerstand des Fahrrads einstellen. Spätestens auf der höchsten Stufe dürften auch erfahrene SportlerInnen gefordert werden. Der in diesem Modus benötigte Kraftaufwand, um das magnetische Schwungrad zu bewegen, ist nicht zu unterschätzen. Im Lieferumfang sind ein Handbuch, die nötigen Schrauben samt Werkzeug und die Bestandteile des Fitnessstuhls enthalten. Der Aufbau ist FlexiSpot typisch gut in der mehrsprachigen Anleitung dokumentiert. Bereits beim Aufbau merkt man, FlexiSpot setzt auf ein neues Bremssystem, das sich nicht mehr beim Betreten des Stuhls aktiviert. Die meisten Bauschritte sind sehr einfach und setzen kein handwerkliches Geschick voraus. Die einzelnen Bestandteile wurden vom Hersteller klar beschriftet, sodass die Orientierung am Gerät leicht fällt. Die Akzente des V6 sind deutlich bunter als die des Sit2Go. Anders als beim indirekten Vorgänger kommt dieses Mal ein vollwertiger Bürostuhl mit Rückenlehne zum Einsatz. Durch jene wirkt das V6 deutlich größer und ausgereifter. Der Stuhlaufsatz ist das Pro-Argument für das FlexiSpot V6. Schaut man sich nur den oberen Teil des Fahrradstuhls an, könnte man meinen, es handelt sich dabei um einen ganz normalen Bürostuhl. Die Rückenlehne, die verstellbaren Armlehnen und die Lendenwirbelstütze unterstreichen diesen Fakt. Verwechslungsgefahr besteht auf der Rückseite. Man könnte meinen, das geschwungene Element wäre zum Schieben des V6 vorgesehen. Das ist zwar möglich, FlexiSpot hat sich aber etwas anderes bei dem Element gedacht. Es handelt sich um einen Kleiderbügel. Jener kann mit maximal 5 Kilo belastet werden. Die einzelnen Hebel und Knöpfe sind allesamt leicht zu bedienen. Einzig bei der Gasfederverstellung, um die maximale Größe des Stuhls zu reduzieren, sollte man mit Bedacht vorgehen, um nicht mit überhöhter Geschwindigkeit in die kleinste Position zu rutschen. Das V6 ist minimal höher als das Sit2Go, was die Benutzung für große Menschen deutlich bequemer macht. Die Rückenlehne kann in ihrer Position um bis zu 12 Grad verstellt werden, um das jeweilige Setup möglichst bequem zu machen. Wünschenswert wäre es, wenn die Kopfstütze in einer XL-Variante angeboten wird. Für Menschen mit einer Größe um die 1,88 Meter ist dies leider zu klein. Um mit dem V6 loszulegen, ist nur ein Satz Batterien nötig. Für das Workout wird keine dauerhafte Stromversorgung benötigt. Den Arbeitsbereich zum Sportplatz zu machen, wirkt eventuell zunächst befremdlich. Probiert man es allerdings erst einmal aus, wird schnell klar, wie nebensächlich Sport am Arbeitsplatz werden kann. Über einen runden Schieberegler kann der Widerstand des Fahrrads eingestellt werden. Die ersten Stufen sind sehr leicht und der Widerstand wird erst ab Level 5 merklich schwerer. Erfreulicherweise tritt sich der Fahrradstuhl auf Stufe 8 sogar einen Tick schwerer als das Sit2Go, was die maximal mögliche Anstrengung deutlich erhöht. Der Fitnessstuhl verfügt über einen monochromen digitalen Bildschirm, der unter anderem die zurückgelegte Distanz, die Zeit sowie die Geschwindigkeit anzeigen kann. Im Wechsel wird auch die Gesamtdistanz und die Rotationsgeschwindigkeit angezeigt. Da das Fahrrad ohne Bluetooth daherkommt, können die gesammelten Daten nicht exportiert werden. Es empfiehlt sich folglich, auf der Smartwatch ein Training einzuschalten und mitlaufen zu lassen. Während einem Workout steht das V6 felsenfest an Ort und Stelle. Eine sogenannte Hebelsperre verhindert, dass sich der Stuhl beim Treten bewegt. Rührt man sich allerdings darüber hinaus auf dem Stuhl, sollten die manuellen Bremsen an den Rädern auf jeden Fall angelegt sein. Denn, wie bereits angedeutet, hat sich das Bremssystem im Vergleich zu den anderen Fitnessstühlen von FlexiSpot geändert. Im Regelfall wird diese aktiviert, sobald man sich auf den Stuhl setzt. Beim V6 ist dies nicht der Fall. Damit einhergehen Vor- und Nachteile. Zum einen kann man das Fahrrad in eine Position bringen und dort verweilen lassen, ohne dass man Sorgen haben muss, dass sich das Fahrrad beim Absteigen verstellt. Zum anderen ist es schwerer, auf dem Schreibtischfahrrad die Sitzposition zu wechseln. Welches Argument überwiegt, kommt vor allem darauf an, wie man das V6 verwendet. FlexiSpot spricht selbst davon, dass sich das V6 als Trainingsgerät zwischen den alltäglichen Büroaufgaben eignet. Im Test stellt sich schnell heraus, gerade während Arbeiten am PC bietet der Fitnessstuhl einen deutlichen Mehrwert. Bereits die mit dem V9 entstandene Bewegung während einer Runde E-Mails beantworten, ist für einige Menschen außerhalb der Arbeitszeit schwer zu erreichen. Wer seine Trainings regelmäßig trackt, wird in den Trends schnell feststellen, dass sich die allgemeine Fitness verbessert haben dürfte. Stellt man sich das V9 konsequent an den Arbeitsplatz, fehlt jede Ausrede, um nicht doch ein kleines Workout zu starten. Nicht zuletzt eignet sich das FlexiSpot V6 auch als Gamingstuhl. Gerade wenn es in Spielen um die Verfolgung von Gegnern geht, trägt die Bewegung der Beine zum Spielspaß bei. Der Widerstand muss dabei nicht einmal auf die höchste Stufe gestellt werden, um das Training anspruchsvoll zu gestalten. Auf seinem normalen Heimfahrrad verbraucht Tim zwar die doppelte Menge an Kalorien, kann dabei aber seinen aktuellen Lieblingsspieltitel nicht spielen. Steht man vor der Entscheidung, zwischen keiner Bewegung beim Spielen oder ein eben durchaus forderndes Workout zu starten, dürfte Letzteres die bessere Option darstellen. Die Sitzfläche des FlexiSpot V6 besteht aus einer vierlagigen Konstruktion, die den Spagat aus Büro und Trainingsstuhl ermöglichen soll. Im Praxistest kann das Fahrrad für den Schreibtisch Tim auf ganzer Linie überzeugen. Der Stuhl ist nicht nur während Workouts bequem. Setzt man sich erstmals auf das V6, könnte man meinen, dass man soeben auf einem Thron Platz genommen hat. Auch während längeren Arbeiten am PC stellen sich keine Probleme mit der Sitzfläche des Fitnessstuhls ein. Der Fitnessstuhl nimmt durchaus Platz im Raum ein. Bei den meisten dürfte die Wahl zwischen dem V6 und einem regulären Stuhl bestehen. Nur wer viel Platz hat, wird sich den V6 als zusätzlichen Stuhl in die Wohnung holen. In Workout-Pausen ist es durchaus möglich, den Stuhl als regulären Sitzplatz zu verwenden. Es könnte zwar etwas ungewohnt sein, aber wahlweise legt man die Füße trotzdem auf den Pedalen oder auf dem Boden ab. Das FlexiSpot V6 ist aktuell für 699 Euro beim Hersteller verfügbar. Aktuell finden bei FlexiSpot die Juni-Deals statt, bei denen sich der ein oder andere Euro einsparen lässt. Insbesondere beim BS13 lässt sich viel Geld einsparen. Auch elektrisch höhenverstellbare Tische, welche gut zum V6 passen, sind preislich reduziert. Der Fitnessstuhl wird wahrweise in Grau oder Weiß angeboten. Die weiße Variante ist zwar etwas weniger bunt, wirkt aber gleichzeitig, als hätte man ihn bei einer Reha-Maßnahme mitgenommen. Sollte die graue Variante ins Raumkonzept passen, dürften die meiste diese vorziehen. Dann sollte man das ganze Füße ziehen.